Hallo und herzlich willkommen zu MyCraft. Diesmal hab ich jetzt auch nur ne Aufnahme. Die alte ist irgendwie verschwunden. Ich hoffe zumindest, dass ich diesmal diese behalte. Herr Proteinjoker. Bitte was? Was du gemacht hattest. Du hast ja mal dir die Stadt gezeigt. Ja, ich hab dir die Stadt gezeigt. Das war sehr interessant, sehr bewegend. Bei mir zum zweiten Mal. Ja, und das ist übrigens der sowas wie ein Fan-Gesküse-Lift-85. Ja, okay. Tore gehen zu. Hier ist dein Heuchstil. Ja, halt an diesem Account zur Verfügung gestellt. Ja, das machen wir. Ein Gruß an Sandra. Schreibt Hashtag Gruß an Sandra in die Kommentare. Das hat sich gerade wie ein ganz besonderer Let's Player angehört. Ja, das mach mal nettersten. Ja, genau. Hashtag Gruß an Sandra in die Kommentare. Oder die Sarah Zahl. Sarah wer? Sarah. Sarah Zahl. Genau die, Sandra. Und jetzt geh ich schlafen. Ja, ich auch. Genau. Ich bin auch so müde. Ich bin bereit zu gehen. Das geht auch mal in mein Haus. Zumindest ein Stück davon. Schön ist es auch diese Stelle. Die Siedlung. Die Siedlung. Okay, ich stehe in mein Bett. Und das geht mit dem Schaue. Läuft bei mir. Es war was Neues. Ich stehe in mein Bett. Ich will stehen schlafen wie immer. Hm. Und ich hab mit ner Schaufel gekuschelt. Ich mach ein bisschen mein Haus so, das ist Teilhage 2, das hier ist Etage 3, mein Lager, bla bla. Wir sind die Champions. Wir sind die Champions. Wir sind die Champions Jungs. 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 Ich dachte, ich konnte die Champions Jungs. Wir sind die Champions Jungs. Ich hör auf zu singen. Ja genau sonst kriegen wir Gamer Probleme. Wieso ist das denn? Das ist doch kein Lied. Egal. Wenn wir selber. Tobi auf den Songtext zu schreiben sonst kriegen wir Gamer Probleme. Oh eine Trümpel. Ja? Wir sehen die. Ja mal dieses Zwischengelaber hier. Und ich hör von irgendwem einen Sound auf den Ohren. Irgendwie mit dem Spießsound. Tobi. Wie denn sonst? So hier ist mein Keller. Mach ich sehr spektakulär. Aber den mach ich jetzt spektakulär. Während der Aufwand. Ich baue ab und betreibe in unserer Stadt Terraforming. Letztes gebaute Brottenbring Müllschlucker. Ich hatte viel zu viele Samen. Und ein paar andere hatten jetzt auch ein paar Sachen die sie nicht mehr gebraucht haben. Die können die jetzt einfach nicht weg. Die sind weg. Ich hab nix weggeworfen. So. Mein Baustand steht schon mal. Flaschenfemen nur noch. Und natürlich die Kessel. Und nederwarzen annehmenbar haben wir ja. Hast du die angepflanzt? Nö. Nein. Aber wir haben ja noch ein paar Übergänge. Das ist auf uns wunderschöne noch leere Veranda. Mal spannend was ihr hier noch hinbaut. Aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Ein schönes Dach. Ja meins ist doch schön. Ja ich find das Dach echt gut. Und krumpig. Ein bisschen eintönig wenns aus dem gleichen Stein ist. Aber es ist auf jeden Fall von der Form her sehr schön. Ja meins verschöner ich ja auch noch. Jaja wer es glaubt. Tobi mach mal dein Spiel leiser. Ich hör das durch. Ich hör das. Ich hab das vorletzt leiser gemacht. Ah schon bohren Pils für dich brauchst du einen. Ich brauch keine Pils mehr. Ich hab noch genug in Reserve. Falls wird schief geht sein. Einen braunen Pils. Ah hier ist noch ein bohren Pils. Weil ich muss auch noch einen Brunnen unten reinhauen. Damit ich die Kessel immer wieder auffüllen kann. Ah den mach ich. Wo mach ich den denn hin? Keine Ahnung was sie jetzt tun sollen die Sau. Geh in den Neta. Was soll ich im Neta? Chillen. Mit den Ghasts. Mit den Ghasts chillen auf jeden Fall. Dein Boden. Bogenskills. Aufwerten. Ja und so sieht ein Server lag aus. Auf jeden Fall. Ich hab grad nen Block abgebaut. Natürlich auf den Bogen skillen. Jedes skillen auf den Bogen. Jetzt ist er abgebaut. So und ich hau hier jetzt. Ich hab mich auch im Neta geskillt. Wieso häng ich hier? Schenk uns so fest. Nein. Sollte allerdings Maus. Hilfe schenk uns so fest. Okay das geht nicht. Ach so. Ne. Merk doch schon man kann Wasser nicht mehr aus einem Kessel nehmen wenn man es mit einem Eimer versucht. Was ist das wie ein Problem mit dem Bild vergeht die ganze Zeit hin und her. Dein Bild? Ja was ich mich so festgebacken habe. Ja. Das ist super. Das ist super. Geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Erdbeben. Oh ein Zombie. Ich weiss da nicht wo aber irgendwo ist ein Zombie. Und hier suche ich mal den Aufnahmen mal stoppen. Super. Deine Aufnahme ist 5 Minuten lang. Das ist doch mal klasse. Der Floss für Stefan. Ich tu das schneiden. Oh der hat das Spiel verlassen. Warte mal was soll ich dafür wenn ich da Dupstabjumper. Oh ich bin fertig. Dupstabjumper. 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 Oh mein Schoffer ist wieder da. So wollen wir den Schoffer wieder zurück. So länger. Warum finde ich die jetzt erst? Irgends hier das Spiel direkt und dann habe ich mich irgendwo in Blockfest geglichen Dupstabjumper. 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 Nein. Äh. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja Keller fertig ne. Der Subi. Subi fertig. Phenonotri. Und. Glasfaschen mit irgendwo verbrenntem Zombie elendig. Aber ich gehe gerade gut auf 9 Frames teilweise. Ich auch. Aber es geht mit dem. Es geht. Sieben wir nachher in der Aufnahme nicht. Was hat der? Ich habe 30 FPS. Ach hi Mr. Enderman. What's up? Oh man der ist weg. Wo ist er? Er ist abgehauen von mir. Weil ich meine äh speciale Schwerte in der Hand hatte. Mau. Egal. Ähm. Was würde ich jetzt noch machen? Hatuten. Ähm. Holz sammeln. Ignoriert dieses Minecraft 8.1 gerade im Bildschirm. Im Screen. Ist gerade unwichtig. Bin unzusehen und reingekommen. Ah. Ach hi Mr. Enderman der einen Grasburg in der Hand hatte. Tschüss Mr. Enderman. Polizei. Wie Polizei. Hilfe Feuer Polizei. Hilfe Feuer Polizei. Hilfe Feuer Polizei. Okay. Kennst du doch. Nicht ne andere Feuer vor allem. Vor allem weil es Feuerwehr heißt. Hilfe Feuer Polizei. Also liebe Kinder immer schön merken wenn es brennt die Polizei rufen. Ja. Und Feuer. Ja und Feuer. Hilft Feuer Polizei. Hilft immer auch in schweren Situationen. Genau so ist es. Man ich muss mal den ganzen Müll aus meinem Inventar verschwinden lassen. Ja und dafür ist der Müllschlucker da. Ich weiß deswegen. Wollte ich auch mal hingehen. Nein. Warte ich filme mich dabei. Wo bist du? Ich filme mich dabei. Du filmst dich selbst dabei wie du mich filmst den Müllschlucker zu benutzen. Richtig. Das ist eine gute Idee. Ah ja und falls ihr euch das interessiert wie wir hier das Terraforming gemacht haben. Schaut mal bei Commerce Gendalve und sowas wie ein Fan rein in die vorige Aufnahme die ja bei mir verschwunden ist. Verschwunden? Ja verschwunden. Und die ist weg. Warum hast du das was er jetzt auch weg gemacht? Das weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendwo einen Grund machen. Genau deswegen. Oh wer hat das denn gemacht? Wer hat das denn hier? Der Baumstabling kann weg. Das kann so bleiben. Aber der Baumstabling war doof. Weil ich kenn ja Stefan er springt da gerne mal drauf. Da schmeiß man einfach so Müll. So zig. Weggesicht. Jetzt hat mich jemand geschlagen. Das war... Ne ich hab mich geschlagen. Das war er mit dem Boden. Ah ja ich seh das Kopfpiercing. Ich hab irgendwas zum wegschmeißen. Ne grad nicht. Nur Stefan hätte ich zum wegschmeißen. Da. Hi. Kannst du da reinwerfen? Ja ich hab was zum wegwerfen. So ich wollt eine Truhe machen. Ups. Immer noch. Zu doof um... Bin zu doof um Sachen in den Milchstoker zu werfen. Ja. Also ich sag jetzt schon mal das war eine sehr interessante Folge. nicht. Ne. Das ist einfach gar nix. Das ist einfach gar nix. Das ist einfach gar nix. Ich hab mir immer mehr. Wir brauchen ein bisschen Action für die nächste Folge Jungs. Ne. Oder Hülle. 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 Ich bin auf Hülle oder Ne. Ich bin auf Hülle. Ausgenommen oder nicht. Ich bin auf Hülle. Wir suchen eine. Hülle. Ich bin auf Hülle. Also Hülle. Bei mehr. Bei Mehrheit. der Feneter, also Höhle. Ja, also wir sehen uns dann in der Höhle wieder bis... gleich. Ich smash hier auf den Knopf, aber nichts passiert. Jetzt hat es eine 9 Minuten Aufnahme. Nein! Wieso endet der die Aufnahme nicht? Hm. Einfach mal in das Programm gehen.